Halli Hallöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Demolish a Build, Demolish a Build Company und es regnet schon wieder. Furchtbar. Oha mit fettem Gewitter. Na dann schnell zu unserem neuen LKW. Übrigens ein ziemlich geiler Pickup. Der kann sogar richtig schanzen. So, da hinten irgendwo ist ein besagter Wegpunkt. Also die hätten dieses Schild, hätten die auch irgendwie, uäh, warum steht hier mein, warum steht der hier und nicht auf meinem, äh, äh, Gelände. Das verstehe ich nicht so ganz. Äh, die hätten diese, äh, na toll. Jetzt müssen wir die Polizei rufen, ja? Ah, ich hab ne Hupe. Ist ja cool. Und C. Oh, wir haben sogar ein Drehzahlmeister hoch. Achtung. Dann hab ich mich verfahren und muss hier lang. Äh, anders ist besser. So ist besser. Das da würde ich schon ganz gern mal wegholen. Aber dazu bräuchte ich einen Kran oder eben diesen komischen Aufsatz für meinen Bulldozer. Was ist das hier? Alter, wie das regnet. Huch, jetzt ist es weg. So. Dein Wegpunkt wurde erreicht. Das ist besagter LKW, den ich kaufen soll, oder? Äh, ach so. Wie geht das mit kaufen? Fahrzeuge. Kipper. Ähm, hallo? Ist hier jemand? Äh, geh mal hier rein. Hallo. Ich bin hier, um den, um den LKW zu kaufen. Oh, das ist richtig schöne Zugmaschine mit Auflieger. Ach, hier. Ah, okay. Tieflader LKW. Oh, 4000. Der LKW kann Holz, Ziegel und Beton Elemente zu Baustellen liefern. Kauf das. Ja, kaufen, ja. Kling, kling. Ach, guck mal an. Da ist unser Berater mal wieder. Na gut, jetzt haben wir eine profitable Art von Grundbesitz. Kaufe es und lass uns anfangen. Land kaufen. Immobilien lauben. Hm. Land kaufen. Immobilien. Campingplatz in Wartung. Müllbeutel entsorgen. Was? Auf der Karte anzeigen. Nein, ich will da hinreisen mit dem Taxi. Kipper? Brauche ich den dazu? Oder willst du... Ah, ja. Genau. Taxi. Huch. Das steht ja schon da. Aufgaben akzeptieren. Du hast akzeptiert. Ah, hier sind... Wie, jetzt muss ich die Müllbeutel nehmen und den... Das ist nicht euer Ernst, oder? Ähm. Huch. Okay, Müllbeutel sind sehr leicht, sehe ich. Ah, ja. Naja, das war jetzt nix. So, nochmal. Zip. Naja. Also, werfen muss ich noch üben. Huch. Naja, gut, das... Ging jetzt vollautomatisch. Toll, was sind denn das für Camper, die ihren Müll hier überall rumliegen lassen? Geht ja mal gar nicht. Toll. Der ist jetzt nicht so weit geflogen. Oh, Leute. Ich habe euch gesagt, ihr solltet euren Müll selber wegschmeißen. Jetzt muss ich den ganzen Schrott hier... Aber warum steht hier der Kipper rum? Das wundert mich schon ein bisschen. Und ich dachte, der wird automatisch gewartet. Dieser Campingplatz. Voll gegen den Campingwagen. Äh, Wohnmobil. Äh, Wohnwagen. So, hier ist noch einer. Zack. Tum. Na. Ein da. Also. Endtor. Finalisieren. So, jetzt können wieder Einnahmen generiert werden. Wegen Müll. Okay. Land kaufen Immobilien. Immobilien. Na, Campingplatz. Gut. Eigentum Details. Wo kann ich Land kaufen? Wo kann ich Land kaufen? Szenario. Holzlager. Dein Unternehmen. Industriegebiet. ID 3 Immobilien. ID 3 Immobilien. ID 3 Immobilien. Taxi. Kann ich hier... Sind das Immobilien oder ist das wieder ein Auftrag? Ist doch wieder ein Auftrag hier, oder? Szenario. Äh, ach, das ist schon markiert, oder was? Wo ist das markiert? Hier. Oh, Mensch. Äh, selber fahren auch noch. Was ist denn das hier? Warum habe ich jetzt nochmal was Grünes? Verstehe ich nicht. Wo ist denn hier der Parkplatz? Hä? Ach hier, Pickup. Mann, bin ich doof. Okay, gut. Dann fahren wir mal dahin. Alle weg da. Wee, 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 wee. Opsala. Die Straße ist ein bisschen glatt, oder? Aber das stört offensichtlich unser Fahrzeug nicht. Ah, hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Szenario. Weg da. Hier komme ich. Wichtiger Einsatz. Ach, das war hier bis zur Grenze, ne? Bis zur Landesgrenze. So, wo geht es lang? Wegpunkt da hinten. Durch die Pampa. Huch. Ein bisschen schnell. Entdeckt Gartenlauben. Der Wegpunkt wurde erreicht. Ah. Deswegen stand dran. Huch, wird der dreckig? Ne, das war nur Gras. Deswegen stand da dran. Lauben. Land zum Bebauen für einen Schrebergarten. Erfordert die Lieferung von Holzbrettern und Montage von kleinen Holzkonstruktionen. Ach. Echt jetzt? Was piepst da? 15.000. Wir haben echt genug hier. Sehr gut. Entwicklungsstadium. Eins von zwei. Zwei von zwei. Aufgaben akzeptieren. Was heißt hier wohl laden? Hallo? Anruf schon wieder weg? Holzlager. Ah, okay. Ja. Diese ganze Zone erfordert Bretter. Fahr den LKW auf den markierten Standort und kaufe fünf Paletten mit Brettern. Neues Lernprogramm. Material in Lieferung. Oho. Einige Bauten erfordern bestimmte Materialien, um gebaut zu werden. Fahr deinen Tieflader-LKW auf die Ladefläche, um Materialien zu kaufen. Hm. Wo ist mein Tieflader-LKW? Hm, da ist ein Parkplatz. Lalalalalalalala. Lalalala. Lalalala. Tididid. Tieflader-LKW. Fahrzeug liefern. Wo ist es? Da unten. Vor allem. Wer? Warum? Wie? Warum steht der so? Hm. Egal. Und wird das Licht brennen lassen. Oh. Trucker. Der neue Trucker ZW32. Ähm. Ich will ja nichts sagen, aber die Dinger hier sind falsch. Die sind falsch rum. Die sollten die Luft ableiten und nicht die Luft hier... Naja, egal. Felgen sind dreckig. Und alles ist verrostet. Huch. Ähm. Was? Ach, der Campingplatz hat Einkommen generiert. Diese verrückte Campingplatz. Okay, gut. Ähm. Dann gehen wir mal die Bretterchen holen. Ne, der ist aber ganz schön schnell. Der düst ganz schön, der LKW. Kann ich hier auch rupen? Nö. Schade. So, dann, äh, hier sind die Bretter, ne? Ja, klar. Wie schnell ist der denn? Was habe ich gerade überfahren? Ah, okay. Kann der auch hier mit Handbremse? Ne. So, muss ich rückwärts rein, oder? So, das wird jetzt, äh, tricky. Nein, so. Aber mit so einer Musik kann das ja nur klappen. Wääh. Ich bin Schüppblattfahren hier. Hä? Ich bin noch vorbei am Schild. Hallo? Nein. So, wird ein Stiefel draus. Piep. Materialien, Holzbretter sind zum Laden bereit. Drücke Enter für weitere Details. Ah, Lehrerplatz. Lehrerplatz, Lehrerplatz. Ach, das ist mein Auflieger hier. Ähm, wie viele Paletten? Äh. Kann ich das irgendwo einsehen? Vielleicht? Ach ja. Fünf. Fünf Paletten. So. So, Kollege, schmeiß mal hier. Ach so, deswegen eins, zwei, drei, vier, fünf wahrscheinlich. Und ich kann nur fünf. Material kaufen. Akzeptieren. Das gekauft. Holzbretter mal fünf. Verwerfen. Kann ich alles runterschmeißen? Oh, geil. Wer ruft an? Jetzt liefern sie dies an die Baustelle und laden die Fracht ab. Sehr gut. Das hätte ich auch getan. So, nochmal schnell. Heimlich gehustet. Gefällt mir. Sieht irgendwie cool aus mit den Holzbrettern. So. Ist schon eigentlich nicht schlecht, das Spiel. Hat schon was. Ja, da sitzen wir drin in unserem coolen Trucker. So, der ist jetzt bestimmt immer noch so schnell. Trotz, dass wir fett geladen haben. Ja, natürlich heizt der immer noch so. Und schiebt voll über die Vorderachse. Achtung. Ja, selber schuld. Fahr nicht in mich rein, du Eumel. Ah, ich kann ja mit dem nicht hupen. So. Ach, wir sind ja schon ziemlich nah dran gewesen. Stimmt. Szenario. Toll. Da soll ich jetzt ranfahren. Boah, Leute. Das ist aber... Das ist aber haarig. Vor allem rutscht mein Auflieger weg. Ist nicht so gut. Ähm. Okay, der Auflieger rutscht übel den Berg runter. Das ist gar nicht gut. Aber ich versuch mal. So. Bisschen noch, bisschen noch. Ah, perfekt. Zeigeland Objektdetails. Enter. Materialien entladen. Fünf von fünf. Aufgaben akzeptieren. Wofür? Liefere Bretter. Mit dem Kompaktlader und dem Kranaufsatz. Konstruiere Holzhütten. Äh, was? Kompaktlader, Teil, Aufzug fehlt. Okay. Also erstmal muss der LKW hier wieder weg. Aber dann stelle ich mal hier beiseite. Was ist immer dieses... So, dann stelle ich mal... El Pickup. Es wird schon wieder... Es ist schon wieder bald Feierabend. So, El Pickup stelle ich mal hier hin. Ins Gebüsch. Schön getarnt. Ähm, wo ist der... Parkplatz? Ich... So, und jetzt braucht El Kompaktladeroh. Oh, der hat auch keinen Sprit mehr fast. So, nachgefüllt. Nein. Aufzug. 500. Kauf das. Jetzt können wir auch mal dieses Zeug holen. Ist das hier irgendwo? Oder wo war das? War das hier? Oder war das anderswo? Ich glaube, das war aber anders. So, wir sehen diese Aufzug... So, wie sieht denn dieser Aufzug aus? Aha. Gut. Hoch. Runter. Aha. Q&E Aufzug umdrehen. Space anbringen, abnehmen. Sehr gut. So was. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. So ein Ding da dran. Lalalala. Okay. Ich muss erst annehmen, wa? Mhm. Aufgaben... Äh, Aufgaben? Akzeptieren. Neues Lernprogramm. Der Kompaktlader mit Kranaufsatz ausgerüstet ermöglicht es dir, Materialien zu tragen. Richte den Kompaktlader richtig auf die Materialien aus und drücke die Anhängentaste. Default Leertaste. Kling. Wieder diese scharfen Trümmer. Okay, schließen. Hallo. Boing. Wäh. Boom. Boing. Boom. Kann ich die auch nehmen? Huch. Boing. Hui. 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 Okay, ich lasse es schon. So. Ähm, muss ich die... Ach, hier auf die blauen Dinger dann setzen, wa? So, lass mal sehen. Ah, Licht. Sehr gut. Ähm. Was war das? Enter, ne? Ja, sehr gut. So sind wir jetzt schwerer. Nö, nicht wirklich. Äh, ich fang mal hinten an, dass ich da noch überall durchkomme. So. Lalalalalalalalalala. So. Plump. Ah, da würde ich... Na, egal. Nicht voraussagen. Rechtes Klohäuschen auch schnappen? Boing. Oh, hoffentlich sind es da niemand drin. Was steht denn da drauf? Mobile Toilette. Keine Telefonzelle. Ach ja, stimmt. Boing. So, fertig mit Scheißen hier. Bäh. Okay. Den Generator sollten wir stehen lassen. Oh. Zack. So, ich fahre hier durch. Ja. Ein Stück hier noch. Plumps. So, machen wir das schnell noch fertig hier. Denn dann ist auch schon wieder Zeit. Na, der kann sich's denken. Huch. Wah. Oh. Na ja, gut. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Haben wir denn jetzt Übergewicht? Ich will gerne mal umkippen. Nö, das ist ein sehr guter... Ähm... Ein sehr guter Bobcat. Kompaktlader. Zack. Piep. Piep. Ja, ein bisschen noch. Na, 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 na. Zack. Lenke. Maschine. Zack. Geht hier wie's Katzen machen. Ha. Zack. Schon ziemlich cool. Ähm. Plumps. Liefere Bretter mit dem Kompaktlader und dem Kranaufsatz. Konstruiere Holzhütten. Um die Konstruktion zu bauen, geh mit der markierten... Geh zu der markierten Position zu Fuß und drück die Interaktionstaste. Oh ja, sehr schön. So. Baugerät stellen wir auch weg. Können wir den irgendwie hier drauf fahren? Das wäre ziemlich geil. Können wir uns nicht da hoch lupfen? Nein, leider nicht. Auch so nicht. Nein. Gut. Dann stellen wir den mal hier ab. Ha. Schön. Wunderbar. So. Und jetzt sollen wir Holzhütten konstruieren. Aber das, meine Freunde... Machen wir es morgen. Wenn es wieder heißt... Time to play. Hier. Bei Demolish and Build Company. Bis dahin. Macht's mir gut. Tschüss. Tschüss.